Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Ich fände es auch extra so langsam. Ja. Dann helf ich nach. Oh, dann kommt wieder eine Kurve. Achso, ja dann. Erster! Mann, den klingt da gar nicht rein. War es hinten im Poll-Up? Mir doch egal. Klickst nochmal auf den Gamesplanet. Jetzt! Keinem aufgefallen! Glaub ich auch. Vierten! Fünften! Mh, 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 Trabi! Tra, 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 Trabi! Tra, 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 Trabi! Aaaaah! Dann lenk auch links! Und Gas geben. Komm, lassen, komm, lassen, komm, lassen, komm, lassen, komm, lassen. Wenn er von alleine im Mülleimer läuft, nicht essen. Du hast schon wieder den Poller mitgenommen. Hä? Warum hab ich denn den Poller... Klick, 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 klick! Es geht weiter, deine Steuerung! Ja! Da kommt gleich ein Bahnübergang. Kein Bahnübergang! Bleibt mal stehen da voll und müssen gucken. Okay, gib mir wieder Gas. Ja, und stopp. Stehen bleiben. Gas geben. Kette geben? Ja! Darf ich jetzt wieder vorwärts machen? Da kommt übrigens jetzt ein Zug. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben! Ach! Der Motor aus, wir sind ja umwelte von Lust. Guck mal, ist das nicht schön? Ja! Der Zug scheint von links zu kommen, da die Signale. Obwohl, ne, scheint von rechts zu kommen. Übrigens, in einer Minute ungefähr kommt Felix spielt raus. Das heißt, ähm... Angucken. Achso, du... Oh! Oh, die feine Dame übernimmt! Ja! Oh! Ich hab mir gemerkt, dass ich das mit dem Fall tasten kann. Ah! 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 Mein Rücken mag nicht mehr. Wie geht's denn mit dem Stuhl? Achte! Ja! Also, ich hab ja hier so ein Lendenwirbelkissen. Hahahaha! 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 Ich hab häufiger hier, wie mir selbst anzunehmen. Guck mal, da hast du nichts von links! Warte, guck mal nach rechts! Guck mal! Guck mal nach rechts! werden ist jetzt plötzlich in der sohre ich mir gar nicht man soll nicht fahren Da ist auch gerade fast abgewürgt. Ich nicht. Ja, ist weg. Rechts reinfahren. Linker rechts sitzen. Und dann nach rechts gucken, vor allen Dingen kann man auch mal sehen. Ich will wetten, ich bin zu weit weg. Ja. Okay. Fisch gehabt. Hast du auch hinten zugemacht. Nein, aber vielleicht sollte ich hinten mal aufmachen. Wollte aber keiner was machen. Okay. Dann können wir weiterfahren. In Karls? Ach nee, das war alles gut. Ja. Ja. So. Du hast sogar auf der Schnitt geachtet. Langsam, langsam. Du musst da haben die Kurve. Ausholen, ausholen. Ausholen. Rechts. Ganz rechts. Ja. Und jetzt ein Schlag voll. Ja, weiter. Bremsen. 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 Du hast mich voll mitgenommen. Bremsen. Bremsen. Es ist gut, dass ich ein 16 Rollover Keyboard habe, wo man 16 Tasten gleichzeitig drücken kann. Sehr schön. Ich hab ne Tastatur. So, jetzt bleib mal anstehen. Drück mal die mittlere Maustaste und guck mal nach oben. Mittlere Maustaste. Okay, wir müssen da lang. Sehr gut. Das habe ich gesehen. Ja, aber es könnte auch sein, dass da dann steht, nach rechts fällt aber was anderes. Ich habe gedacht, jetzt lässt es immer Ding. Du musst mit Volga so in die Beine mal gefahren. Gerne. Volga, das kann ich super. Mach mal. Ich weiß nur nicht, ob danach noch der Bus in Ordnung ist. Ach, da geht es schon nicht so schlecht. What? Übrigens, Felix Spiel ist draußen. Hi, wo bin ich? Torbe! Ja? Ja. Oh, oh, oh. Ähm, das könnte passen. Ja. Das ist doch schon mehr. So, jetzt müssen wir rechts. Zweiter Gang. Brems! Nein! Ach, da! Okay, das hat nicht geklappt. Schade. Wollen wir hier rückwarten? Okay. Ich kann es erst mal wieder reparieren. Oh, nein, schon. Da kann ich nicht, wenn das umdäht ist. Wollen wir einschlagen? Ja, das geht nicht weiter. Ja, das geht nicht weiter. Ja, das geht nicht weiter. Okay. Das stand voll Gas. Das stand voll Gas. Felix spielt ist noch nicht draußen. Tuse Explorer, obwohl... Wee! Alles richtig. Tuse Internet. Okay. Trinken. Ganz genau. Felix spielt ist draußen. Doch, ist draußen. Was ist aus Leer? Ja, muss ich gleich neu sagen. Du musst noch mal lange fahren. Ah! Süß dich? Dann glaub ich durchs Außensee. Ne. So. Was findest du besser, Omsi oder kein anderes Spiel? Es gibt kein anderes und besseres Spiel als Omsi. Das ist einfach so. Alle anderen sind noch schlimmer. Okay. Uh. Man sag ganz genau, wann du am Haus die Hand nimmst. Hoppo. Uh. Lichthupe! Disco Party Dingalingaling... 80, oder? 80, ne? Oh oh... Spiegel am Fernbus Simulator! Kommt morgen erst raus! 25, 28... Heee! Der Bus denkt sich auch so, pssch. Also ich glaube, irgendwie will eh niemanden. Irgendwas scheuer da. Jetzt würde ich Gas geben, jetzt gibt es ja nicht mehr. Ähm. Nicht den Poller. Der Poller kann nicht zur Seite kommen. Du aber. 50. Jetzt fährst du 40. Du genius. Ta-da-da-da-da. Ach, leider ist. Ja. Sehr gesund für, ähm, alles. Und für die Brüste von der da. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Ach so. Ich wollte eigentlich eine Fracht reinzufüllen. Eine Kurzstrecke, bitte. Krass schön. Kuh lässt doch noch alles liegen. Was machst du? Ich? Ja. Gar nichts. Was machst du? Was laberst du? Nichts. Krass, das ist Griechenland. Oh ja. Volllassen. Motor ausmachen. Motor ist aus. Nicht bremsen. Bloß keine Energie verbrauchen. Ich nenne es den Hybrid. Aber nur, wenn es den Berg runter geht. Und wenn man Rückenwind hat. Alter, warst du schnell. Alter. Alter. Ja. 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 Vor allem, kann man den Motor so anmachen? Keine Ahnung. Wir haben jetzt den ersten Gang eingelegt. Ich glaube, er kuppelt nicht ein. Ich will aber nicht stehen bleiben. Ah. Ja. Okay. Ja. 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 Was hast du für eine Grafikkarte? Eine GTX 89 Ti. Oh, okay. So. Eine Nvidia GTX. Ja, das hätte ich gesagt. Ja, ganz genau. Felix, jetzt kommt der harrige Part. Ja. Und die weiß ja noch nichts von ihrem Glück. Haha. Haha. 15% Steigung. Hier will ich nämlich schon mal hängen. Okay. Aber der steckt das weg. Warum treten wir das hier hinten? Weiß ich nicht. Ja. Erster Gang. Wie locker der das wegstellt. So. Was denn? Ich bin ernst. Noch nichts. Sobald das Bild aus ist, ich bin tot. Ja. Oh oh. Ja. Was heißt denn hier schon wieder? Gib doch mal Gas, sonst wirkst du mal. Mach auch. Pass auf, sonst mach ich deinen Adapter kaputt. Da darfst du mir aber einen neuen Adapter kaufen. Puh. So. Ah. Ah, ist das so warm. Wir haben immer noch nicht die 38 Grad geknackt. 35. Äh, meinte ich doch. Die 38 ist übrigens auch nicht. Was denn? Ich hab's versucht. Ich hab keinen Druck mehr auf den Bus fahren. Was? Was? Hast du das grad gesagt? Ja, fahr doch mal vernünftig. Aaaaaaahhh. Blehh.